Herzlich Willkommen hier auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich. Ich bin euer ColorIP und wir sind auf einer weiteren Folge Black & White 2. Wir haben ja in der ersten Folge das Tutorial und die ersten Schritte gemacht. Irgendwie sind wir immer noch drin. Ich habe keine Ahnung ob wir jetzt immer noch Waffenkammer. Ich würde keine Waffenkammer kaufen. Altersheim, Werkstatt, Sägewerk, Landhaus. Kindergrippe? Ich habe keine Ahnung. Okay. Die werden nochmal klar kommen. Okay. Zuhause, Okadeวabie Musik Musik Die Steuerung ist schon ein bisschen nervig. Die Steuerung ist schon ein bisschen nervös. 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 Nein, nicht so. Der grüne Ring, den ihr seht, ist euer Einflussbereich. Die Steuerung ist schon ein bisschen nervös. Die Steuerung ist schon ein bisschen nervös. Wir brauchen Holz. Die Steuerung ist schon ein bisschen nervös. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Klickt auf die goldene Rolle. 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 Das war's für heute. Nein, nicht so. Der grüne Ring, den ihr seht, ist euer Einflussbereich. Abmarsch! Macht keine Gefangenen! Ich bin bereit. Bleib bei mir! Ich bin bereit. Diese Kerle gefallen mir nicht. Sieh dir das an! Kampf bringt das Blut in Wallung! Mach sie alle! Diese Menschen sehen ziemlich verzweifelt aus. Bereit! Abmarsch! Greift an! Los! Jetzt! 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Klickt auf die goldene Rolle. Das war's für heute. 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 Dieser Hahn weckt mich jeden Tag auf. Ich kann nicht mehr schlafen. Bitte, bring ihn zum Schweigen. Vielleicht können wir ihm helfen, Herr. Hilfe zahlt sich immer aus. Hähne krähen stets bei Sonnenaufgang. Vielleicht kräht der Hahn, bis er heiser ist, wenn die Sonne ausnahmsweise nicht nur einmal aufgeht. Ich bin hierher, bis er nicht mehr so, wenn die Sonne auszudrücken. Das war's für heute. Die Sonne auszudrücken. Ich bin hierher. 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 gut gemacht Der Hahn hat seine Stimme verloren. Abmarsch! Auflösen! Auflösen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Klickt auf die goldene Rolle. Hey, unsere Kreatur wacht auf! Er hat Angst. Er will nicht aus seinem Gehege. Mit der Leine kriegen wir ihn sicher aus. Klickt mit der Aktionstaste auf den Boden, um ihn aus dem Gehege zu füllen. Hervorragend! Habt ihr euren kleinen Liebling erstmal an der Leine, könnt ihr ihm Befehle erteilen. Das Biest macht alles, was du sagst! Sehr gut! So bringt ihr die Kreatur dazu, sich zu bewegen. Euer kleiner Liebling hat Hunger. Füttern wir ihn. Klicke mit der Leine in der Hand auf das Feld! Schon besser. Jetzt ist der größte Hunger gestillt. Klickt ihr mit der Leine in der Hand auf ein Objekt, versuch die Kreatur damit zu interagieren. Doppelklicke mit der Aktionstaste auf diesen Felsen, um die Kreatur daran festzubinden. Sehr gut! Wundervoll! Ihr solltet eurem Liebling jetzt den Unterschied zwischen Gut und Böse erklären. Himmel! Er will einen Menschen fressen. Ihr müsst ihm zeigen, dass das falsch ist. Quatsch! Wenn das Biest Menschen frisst, wird er stärker! Klickt mit der Aktionstaste auf die Kreatur und bewegt die Maus mit gedrückter Taste rasch hin und her. Strafe muss sein! Nein, bewegt die Maus schön langsam! Belohne den Kleinen! Menschen zu fressen ist schon okay! Mach so weiter und das Biest wurde richtig schön fies! Was für eine Vergeudung von Menschenleben! Wollt ihr eine Aktion abbrechen und eure Hand leeren? Schüttelt einfach eure Hand! Mehr müsst ihr im Moment nicht wissen. Warum experimentiert ihr nicht mit eurer Kreatur herum? Euer göttliches Eingreifen hat unser Volk vor dem drohenden Untergang bewahrt. Es ist nun stark genug, um auf eigene... Ja! Wird langsam Zeit, dass wir den Azteken eine Lektion erteilen! Zunächst müssen wir unserem Volk wieder zu seinem alten Glanz verhelfen. Und die Unterstützung all der anderen Stämme... Vergiss es! Wo waren die anderen, als wir sie gebraucht haben, hä? Erobern wir sie einfach! Los! Komm schon! Klickt auf die goldene Schriftrolle, wenn ihr das Land verlassen wollt! Wir brauchen Häuser! Wir brauchen noch das Neue-Zicht! Wir brauchen noch du auf die Aktion! Wir brauchen noch einen neuen.. Wir brauchen Kaartier-Zichter! Wir brauchen noch eine neue Runde, die auge oben! Wir brauchen noch ein paar Aktionen! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bekehrter Baumeister